Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineva.com, schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst, schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Das Beta-Wochenende, das allererste Sony PS4-Exklusiv-Wochenende, ist kurz vor dem Ende und bei allen anderen Betas, selbst in Modern Warfare, saß ich jeden Tag in der Beta 7-8 Stunden bis spät in die Nacht ran und hab durchgegrindet. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Warum das so ist, darauf kommen wir gleich. Aber vorab eine kurze Info. Wenn ihr mich fragt, ohne dass ihr das Video gucken wollt, was ich von der Beta halte, dann muss meine Antwort sein, ungefähr so. Und wenn ich mir angucke, was Haptic hochgeladen hat, was Marcel Scorpion oder Scorpion Place auf dem Kanal hochgeladen hat, und, 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 dann bin ich anscheinend nicht alleine mit der Meinung. Vorab, Leute, ich habe das gesamte letzte Jahr eigentlich in Modern Warfare Pause gemacht, weil das Spiel einfach absolut schlecht ist, meiner Meinung nach. Ich weiß, viele von euch feiern das, das ist komplett in Ordnung. Ich finde es absolut schlecht, die Time-to-Kill war schlecht, es war dunkel, Skill-Based Matchmaking war so schlimm wie noch nie zuvor. Bis jetzt, Skill-Based Matchmaking dieses Jahr scheint hervorragend ins neue COD integriert worden zu sein. Juhu. Und ich werde euch zwischendurch ein, zwei kleine Screenshots schicken, wie meine Runden aussahen. Und ich weiß, ich will auch gar nicht auf das Thema Skill-Based Matchmaking weiter eingehen. Ich habe es letztes Jahr in mehr als ausreichend genug Videos gemacht. Wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Ich werde mich hier auch nicht hinsetzen und jedes Mal drüber meckern und drüber fluchen, denn ich kann es sowieso nicht ändern. Activision sitzt am längeren Hebel, Activision möchte am meisten Geld machen. Aus finanzieller Sicht macht Skill-Based Matchmaking für Spieleentwickler absolut Sinn. Und jeder von euch kann sich schon mal warm anziehen. Wer dieses Jahr schöne Scores haben möchte, vielleicht viele Streaks erreichen möchte, muss um seine Mutters Ehre schwitzen oder er reverse boostet. Ich habe auf das erste keine Lust mehr und auf das zweite habe ich keine Lust, weil ich es noch nie gemacht habe und niemals machen werde. Reverse boosten finde ich sowas von behindert. Man setzt sich eine Stunde dahin und tötet sich selber, um dann zwei Runden etwas mehr Spaß zu haben. Deshalb gleich über Skill-Based Matchmaking werdet ihr von mir dieses Jahr nicht viel hören. Wenn ich mir aber angucke, was die größten Probleme in der Beta bisher sind, dann kommt das allererste, was ich ehrlich sagen muss. Durch den FOV Slider haben wir das Problem, dass wenn man es auf 120 macht, was ja theoretisch super wäre, man Gegner nicht mehr erkennen kann. Denn alles in der Mitte wird ein bisschen kleiner und Gegner auf ein paar Meter Entfernung erscheinen plötzlich super klein. Und ich finde die Sichtbarkeit von Mitspielern und Gegnern und Objekten auf der Karte sollte die Nummer 1 bei dem Thema Multiplayer-Erfahrung sein. Deshalb hoffe ich, dass in der Next-Gen-Konsole, also die PS5 und die Xbox Series S und M und wie die heißen, dass das da deutlich besser ist. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr froh, dass der FOV Slider drin ist, weil es wirklich schon einen Unterschied macht. Das nebenbei größte Problem daneben ist die Verbindung. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Verbindung, die ich bei einer 500.000 LAN-Leitung habe, ist schrecklich. Ich habe gestern Abend drei Stunden gespielt und es war wirklich kein großes Vergnügen. Und in diesen drei Stunden habe ich gegen zwei Leute aus FACE gespielt, aus Südamerika. Gegen Skumpy in einer Party mit Arsitis und mit Dashie, die irgendwo in Nordzentralamerika sitzen. Ihr könnt euch also jetzt schon mal vorstellen, das ist leider ein Thema von Skill-Based Matchmaking, dass nicht die Verbindung die erste wichtige Sache ist, sondern generell Punkte pro Minute. Und hier im Black Ops Cold War ist es noch, dass man, dass noch wirklich im Skill-Based Matchmaking guckt wird, wie oft slidest du, wie oft springst du, wie schnell bewegst du dich, wie viele Schüsse und, und, und. Also sehr komplexes Thema dieses Mal. Und ich merke in vielen Runden einfach, dass der Gegner von mir gar nicht getroffen wird, obwohl ich teilweise direkt hinter ihm stehe. Das habe ich sehr häufig gesehen und auch aufgenommen. Ich stehe hinter einem Gegner, der nach vorne guckt, sich nicht bewegt. Ich schieße und die ersten zwei Schuss gehen eigentlich direkt durch ihn durch, ohne dass er getroffen wird. Sterbe ich dann später, sehe ich in diesen Runden in der Kill-Cam, dass ich schon um die Ecke war, obwohl ich den Gegner um die Ecke noch gar nicht sehen konnte. Das heißt, der Net-Code von Treyarch in dem neuen COD ist deutlich, deutlich schlechter als das, was wir die letzten Jahre gesehen haben und schlechter als in der Alpha. Und in der Alpha habe ich schon gedacht, es lag teilweise, ich stutter so ein bisschen vorab. Und diese Szenen, wo man um die Ecke getötet wird, ob euer Gegner auf eurem Bildschirm noch gar nicht da ist, liegt einfach daran, dass der Net-Code falsch programmiert ist aktuell. Und ich habe da in der Alpha, wo man nicht weiß, wie viele Leute das denn spielen, weil es ohne Vorbestellung ist, da kann ich das nachvollziehen. Dass da Fehler sind, dass da Probleme sind. Aber diese Beta, gerade der erste oder die ersten zwei Tage, wo Activision und Treyarch ganz genau wussten, wie viele Leute vorbestellt haben und wie viele Leute auf den Servern sein werden, dass man es da jetzt nicht hingekriegt hat. Und das Problem ist, bis heute, das heißt, es hat sich in drei Tagen nicht geändert, ist absolut schlimm. Das heißt, diese ganze Erfahrung mit Lags, Spikes und allem, was dazu kommt, zerstört einem das Game. Dazu kommt, dass ich absolut das Gefühl habe, dass es so eine Art Aim-Beschleunigung gibt. Sobald ich aime und ein bisschen zu weit nach links oder rechts ziele, macht mein Aim so ein 360 und dreht sich im Prinzip. Als wenn ich mit einer Sniper 360s machen möchte und auf Empfindlichkeit 18 spiele. Ich spiele aber auf Empfindlichkeit 5 und 5. Das habe ich sehr häufig gehabt und es nervt richtig heftig. Drifter hat ein Tweet gestern auf Twitter dazu gemacht und hat gesagt, die beste Möglichkeit, gut zu zielen, ist, wenn man, sobald man den Aim-Assist hat, weil man auf jemandem drauf ist, dass man den R3-Stick, womit ihr ja eigentlich aimt, gar nicht mehr berührt, sondern einfach dieses System automatisch machen lässt und es funktioniert tatsächlich. Das ist natürlich komplett Schwachsinn und sollte nicht so sein. Generell ist es wirklich heftig dieses Jahr, weil ich habe gesagt, die Grafik in Black Ops Cold War ist nicht so gut wie in Modern Warfare. Mir ist die Grafik aber egal, wenn sie es gut spielen lässt. Granatenspam ist ein richtig heftiges Thema. Das liegt da mal an zwei Sachen. Das erste, was wir aktuell freischalten bei den Wildcards, ist, dass man eben doppelt Granaten mitnehmen kann und Flag Jacket als Purr kommt erst später. Das heißt, es wird sich später noch ein bisschen entspannen. Deshalb finde ich Granatenspam gar nicht so schlimm. Die Maps insgesamt finde ich wirklich nicht so gut. Kartell zum Beispiel mag ich wirklich besonders, absolut mit am meisten, aber nur den Bereich um B herum. Denn auf B, wo die ganzen Büsche bei Kartell sind, neben dem Hangar, in diesen Büschen liegen manchmal Leute, manchmal stehen da Leute und man erkennt sie einfach nicht. Das ist wirklich nicht so großartig. Und ich muss sagen, dass die Maps, die wir bisher hatten, sind ja noch nicht alle, wir werden ja im Full Release noch andere Maps haben, wenig mit Treyarch Maps zu tun haben, um ehrlich zu sein. Wenn ich an Treyarch denke und an Treyarch Maps, dann denke ich an Summit, ich denke an Nuketown, ich denke an so viele Sachen, die mit den Maps, die wir bisher gesehen haben, nicht allzu viel zu tun haben. Dazu kommt, dass ich einfach extrem das Gefühl habe, dass wir ein Jahr vor uns haben im Prinzip mit einem Kampf gegen dieses Scorestreak-System. Sie haben es von der Alpha zur Beta nochmal geändert. Ihr braucht jetzt für Streaks bis auf den Napalm-Angriff mehr Punkte als in der Alpha. Dafür haben sie jetzt die Cooldown-Time von der Drohne, Konterdrohne und 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 von 90 auf 60 Sekunden runter reduziert, sodass ihr es öfter haben könnt. Sie haben aber auch nochmal geändert, wie viele Punkte ihr ab dem 4., 5., 6., 7., 8. Blablabla-Kill bekommt. Das heißt, dieses ganze Scorestreak-System, was sie sich neu ausgedacht haben, haben sie jetzt zur Beta nochmal komplett umgebaut. Und das ist wirklich ein Thema, wo ich mich frage, warum? Warum wird wieder ein System, was in den letzten Jahren in Call of Duty wunderbar funktioniert hat, jetzt unabhängig davon, ob Killstreaks oder Scorestreaks, warum wird daran wieder so viel rumgedoktert, nur um etwas Neues drin zu haben, was ja offensichtlich nicht richtig funktioniert. Dazu haben sie jetzt dafür gesorgt, dass man eben für eine Herrschaftsflagge, die man einnimmt, ein bisschen mehr Punkte bekommt. Aber, wenn ihr auf Satellite mal versucht habt, die B-Flagge einzunehmen und gesehen habt, wie der Regen von Granaten den Himmel dunkel gemacht hat, während ihr darauf steht und die Dinge auf euch zufliegen, weiß jeder von euch, lieber nehme ich, wenn ich auf einer 2er oder 3er Killstreak bin, den Kill, der genauso viele Punkte bringt, wie das Einnehmen von dieser Flagge. Viel zu viel in dem COD ist meiner Meinung nach einfach nicht fertig oder nicht richtig durchdacht oder wurde irgendwie mit reingebracht, damit es irgendwie drin ist. Zum Beispiel dieser neue Modus VIP Escort, der nach einem Tag aus der Playlist wieder rausgenommen wurde, weil keiner ihn mochte, also keiner, wirklich niemand. Ich glaube, nicht mal die Leute, die es entwickelt haben, mochten den Modus. Und wenn ich daran denke, wie viel Zeit und Energie da reingegangen ist, um so einen Modus zu entwickeln wie VIP Escort, der dann niemandem gefällt, dann muss man sich schon fragen, was in der Entwicklung alles falsch gelaufen ist. Generell kann es oder könnte es ein richtig cooles COD sein, ein richtig gutes, die Waffen fühlen sich gut an, die Balance von den Waffen ist da. Ich habe Hoffnung, dass noch ein paar bessere Maps kommen. Es gibt viele Perks, es gibt verschiedene Streaks, wir haben noch nicht alles gesehen. Der Sound ist, finde ich, gut, dass man jetzt mit Ninja wirklich leise Fußschritte hat, ist super. Also es gibt viele Dinge, die eigentlich dafür sprechen, dass ich ein Jahr Grind vor mir hätte und richtig Bock hätte, am nächsten Tag wieder online zu gehen und wieder online und wieder online. Aber, wie ich es am Anfang schon mal erwähnt habe, in dieser Beta habe ich insgesamt vielleicht vier oder fünf Stunden gespielt, weil es mir zum großen Teil einfach keinen Spaß macht. Und ich habe auch keine Lust mehr, mit meinem Alter mittlerweile zu schwitzen wie ein Elfjähriger, dessen Gamertag MyScavV2XV2RageEU ist oder so ähnlich. Wenn du so heißt, tut mir leid, ist jetzt nur ein Beispiel. Da habe ich kein Interesse mehr dran. Ich habe super viel Interesse an dem, was aus diesem Call of Duty wird und ich werde euch mit Videos darüber versorgen und ich werde, und das habe ich mir auch fest vorgenommen dieses Jahr, nicht wie in Modern Warfare hier sitzen und mich eine Viertelstunde darüber aufregen, wie schlecht es ist, weil es bringt sowieso nichts. Was ich mir nur wirklich wünschen würde, ist, dass gerade, ich weiß, dass Skill-Based Matchmaking drinne bleibt. Es wird sich nicht ändern. Die Entwickler sagen nichts dazu, das werden sie auch nicht. Da braucht sich keiner drüber aufregen, weil warum sollten sie? Die 5 Prozent, die auf Twitter sich aufregen, auf Reddit, sind nicht zu den 95 Prozent, die es gar nicht interessiert, die Casual-Player sind und einfach spielen wollen. Natürlich haut man damit viele YouTuber, viele Content-Creator weg, die dann irgendwann das Interesse verlieren. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall euch mit allen nötigen Infos versorgen, wie ich kann. Erwartet aber nicht, dass ich hier irgendwelche mega Highscoring Games raushaue, weil das Skill-Based Matchmaking in dem Game mit allem, was dazukommt, lässt das einfach nicht zu. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei der Beta gehabt. Nächstes Wochenende geht es mit der nächsten Stufe von der Beta weiter. Dann haben wir die PC- und Xbox-Spieler ebenfalls dabei. Wenn ihr die gleichen Eindrücke habt wie ich, schreibt gerne in den Kommentaren, ob ihr der gleichen Meinung da seid. Schreibt gerne rein, was ihr bisher so für ein Gefühl hattet bei der Beta. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein. Und dann haben wir die